Oh mein Gott, hab beide, hab beide. Ich muss hoch und abbauen. Hey ihr Höhlenmenschen da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Bad Wars. Wir spielen heute auf der Map TeePees mit meinem Bruder Apex. Hallo. Hallo Leute. Oh lol, bei mir hat das jetzt gerade irgendwie vorgepackt. Als ob du die jetzt bekommen hast. Ja dann bau dich jetzt schnell rüber, bau dich rüber, bau dich rüber, bau dich rüber, los, los, so. Gleich zu... Ja, nein, in die Mitte, in die Mitte. In der Mitte ist die Ditte und da geht's ab, so. Zack, äh, dam, 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 so. Bring mir noch ein paar Blöcke bitte. Ja, nee, ich bau weiter. Okay. Sag, wie viele du hast. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Okay. Ich bau mich noch ein bisschen drüber. Okay, ich bin mal gespannt, äh, wer jetzt noch alles so in der Mitte ist, so. Ja, so ist es aussieht, bist du richtig weit. Achtung, weiterbauen. Bau einfach weiter, scheiß drauf, was du gerade im Inventar hast. Hier für dich die Frage. Nee, bau einfach weiter. Achso. Ja, ich hab's dir hingelegt. Achso, okay, danke. So, eins, zwei, drei. Dann mach ich mir noch hier so ein Zack und... Bin in der Mitte. Nice. Oh, der... Ja, aber dann komm schnell zurück, äh, hol das Gold und komm. Habt ihr noch runtergelegt? Ja, aber hast du's Gold? Ich hab sechs und jetzt nochmal... Five. Oh, oh, hier ist ein Typ mit dem Ultra-Pink. Hab ihn tot. Okay, ich komm mit neun Gold zurück. Ja, zu uns ist jemand gekommen. Wir können gleich... Ich mach ein Schwersteller, komm mal. Ja, wir können gleich zu Pink gehen. Okay. Okay, ich mach jetzt zwei Bögen. Ja, Moment mal. Ich mach hier mal ganz kurz unser Bett zu. Ey, da ist einer, da ist einer. Was ist das denn für ein Typ, ey? Die haben, weißt du, die haben keine Auslösung. Deren Bett ist kaputt und das Einzige, was sie tun, ist scheiße machen. Ja, klar, bau dich hoch. Macht der da? Ja, hast du ihn, okay. Ja, hier. Ne, warte, ich geh zu blau. Weil ich mein, blau haben wir ne direkte Verbindung jetzt. Okay. Die haben kein Equipment. Okay, blau ist tot. Der Bogen liegt in der Base. Schau nicht so lange, sonst stirbst du. Ja, ja. Ne, ich mein nicht dich. Gelb ist auch schon weg, okay. Dann jetzt abrüber, noch zu Ronsch. Finger richtig weit von zu Hause entfernt. Kommst du mal zu... Also Richtung Gelb. Ja, warte. So, zack. Und dann noch ein... ...besserer Schwert und ne bessere Spitzi. Zack. Nice. Was sind wir für entweder? Ja, türkis. Okay, bin jetzt... Ja, ich bin bei blau. Bin jetzt bei gelb. Oh, scheiße. Ich bin ein Hälter, habe ich getötet. Aua, scheiße. Oh mein Gott, habe beide, habe beide. Ich muss hoch und abbauen. Warte, ich komme auch. Oh mein Gott. Leute, der hat ein Schwert. Der hat, der hat ja ein Schwert. Töte ihn, töte ihn. Ne, warte, ich gehe hoch, bau das Bett ab. Ja. Okay. Ja. Ich glaube, der eine ist schon gefütet, oder? Ich weiß nicht. Hast beide. Ne, er lebt noch. Er lebt noch. Der geht zu uns. Ja, ich weiß. Er geht zu uns. Er ist bei gelb. Keine Angst, der kommt nicht zu uns. Wirklich? Ja. Ja, definitiv, der kämpft er, ja. Ja, ich kaufe mir im Notfall jetzt. Ja, okay, er ist down. Ist er geläftet? Ne, er wollte mich bekämpfen, hat mich nicht einmal angehättet. Okay, dann mache ich mir jetzt noch schnell einen Heilschrank. Ja, ich bin wieder in der Mitte. So. Ja, der hat einen Bogen auf jeden Fall. Ich würde ja gerne zu schwarz gehen. Das Problem ist, geht nicht. Hast du vielleicht 13 Gold für eine Kacke? Nein, habe ich nicht. Ich habe vier. Aber ich camp ein bisschen in der Mitte. Moment mal. Da bist du, da hinten ist noch ein Grün. Es sind noch zwei Grüne. Scheiße, was soll ich denn jetzt tun? Also, was will der da mit seinem Bogen? Schwarz hat halt auch einen Bogen, ne? Ja, aber grün nicht, oder? Ich laufe jetzt einfach. Nein, grüner, kein Weg in die Mitte. Perfekt. Er laufe. Okay, ich bin bei gelb. Ich gehe in die Mitte. Oh mein Gott. Treff mich bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Ja, aber ich habe ihn einmal gerossen. Ja. Bin in der Mitte. Hol mir jetzt erstmal einiges an Gold hier. Wie viel hast du? Ja, sechs. Dann gib mir das mal, weil dann kann ich mir eine Enderperle kaufen. Alter, irgendwer. Ja, gib's mir. Warte. Und bitte bring noch Warp Powder mit. Dankeschön. Warte, 13. Warte. Ich benutze jetzt das Warp Powder. Äh, komme dann wieder. Aber kaufe mir davor noch eine Enderperle. Ich habe den richtig hart gehütet, schau. Okay. Scheiße, wo soll ich denn hin? Ich kann doch zu Grün... Nee, grün nicht. Okay, nice. Du bist nice, Andi. Du schaffst das. Nee, ich würde halt gerne noch ein bisschen warten, wenn wir mit 16... Ja, ich habe einen Daun. Ich habe einen Daun. Hat der andere... Der andere hat, glaube ich, keinen Bogen, oder? Nee. Äh, ich glaube auch nicht. Der andere hat keinen... Scheiße, nee. Ich riskiere es nicht. Weißt du was? Ich hole mir jetzt tatsächlich eine Enderperle. Äh, Grün baut sich zu uns. Kommt nach Hause, kommt nach Hause, kommt nach Hause. Schwarz holen wir uns dann. Der Grün muss nur einmal sterben. Was? Grün hat nicht mal... Hä? Als ob du einen Bogen bei uns in der Base hattest. Ja, für dich. Lol. Ich hatte nämlich die ganze Zeit keinen Bogen. Das ist aber sehr, sehr nett von dir, Andreas. Warte. Oh, jetzt habe ich mir TNT gekauft. Ja, baut sich hoch. Grün baut sich hoch. Moment. Geh mal mit mit denen. Ja, tja, grün. Traurige ist, ich habe einen Bogen. Und? Warte. Als ob. Will der jetzt zum Hüte? Ja, hab ihn. Ja. Nein. Hat sie überlebt. Als ob der das jetzt überlebt hat. Ja, kacke. Wie scheiße sind die denn? Fuck, ich komme wieder. Okay. Okay. Okay, der erste Grüne ist tot. Echt? Ist es der, was oben war? Scheiße, ich glaube, ich habe nur ein Bad-Schwert. Ne, 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 der da oben war, äh, der lebt noch. Der andere, äh, ist unten. Ich bräuchte echt mal ein Eisenschwert. Sag, ähm, das ist doch das beste Schwert hier mit Schärfe 2, ne? Ja. Kacke. Was will Schwarz tun? Ich hole mir lieber noch. War hoffentlich nicht in der Mitte. Ich glaube, äh, dass der jetzt schön zu uns geht. Wie sieht es denn aus bei uns? Sind, gehen die langsam zu uns? Ja, die Schwarzen, die sind noch immer in der Base. Mhm. Ja, warte, dann, dann versuch. Oh, er baut sich rüber, der Grüne. Hier Goldbrauen noch. Kann ich mir ein Eisenschwert und den besten Bogen grafen. Nein. Muss er schaffen. Als ob. Ja, er fliegt. Was, als ob der da jetzt nicht runtergefallen ist, wenn ich den Treffer... Jeder... Ja. Was, wieso? Hat der nur einen Knockback oder so? Kann das sein? Weil normalerweise würde der fliegen wie sonst was. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Als ob. Jeder normale Spieler fliegt da. Ja. Definitiv. Wer hat's überlebt? Ja, super. Wir haben noch unser Bett, Alter. Ja, egal, dann... Ich muss mich halt jetzt einfach irgendwie so scheiße hochbauen, ne? Ja! Aber jetzt fliegt er. Tschüss, viel Spaß im Nimmerland. So. Ey, Schwarz ist in der Mitte. Schwarz ist in der Mitte? Schwarzer ist in der Mitte. Ja, okay, dann schnell rüber. Äh, ich port mich eben nach Hause. Haben runter, haben runter. Er wollte einfach unseren Weg abbauen, der Frechdachs. Zwei, eins. Nice. Okay, ich hole mir jetzt nochmal zwei Warp Powder. Eins für dich, eins für mich. Ich hab... Ah, okay, ja, geil. Dann, ähm... Geh jetzt mal zu Schwarz. Ja, ich auch, weil ich mein, Schwarz ist noch unser einziger Gegner, den wir haben. Ich glaube nicht, dass der jetzt so eine krasse Herausforderung wird, obwohl hat er noch jemanden Bogen? Ja, ich glaub nicht. Hm. Ich hoffe's zumindest. Ja, hoff's. Ich hoffe's auch für dich. Warte, ich geh mal unten lang. Ich hab echt... Ich hab echt keine Ahnung. Okay, bin drüben. Ich bin drüben. Ich bin immer over den. Bin auch da. Achtung. Oh, ich hab noch... Oh, hab... Hab sie. Tu weiter, mach weiter. Ich baue das Bett ab. Alter, was haben die da gemacht? Ich baue das Bett ab. Einer ist runter. Okay, ich muss erstmal den Weg finden zur Leiter, ey. Okay, ich kick sie die ganze Zeit runter. Wo haben die denn den Scheißweg zur Leiter gebaut? Wir werden definitiv quitten. Schafft. Oder sind sie eher Ehrenmänner? Scheiße, wo geht's denn da hoch? Ah, hier. Oder? Nee. Leute, ich find grad den Weg nicht... Die haben das so gut zugebaut, dass man einfach den Weg nicht sieht. Weißt du was? Ich mach das jetzt ganz anders. So, und jetzt hohe ich mir das Bett hier. Wo ist denn deren Bett? Zack. Und? Und beide Damen. 3, 2, 1... Nice. GG, Leute. Gut, war ja eine echt schöne Runde. Ich mein, wir haben einige Teams erledigt. Haben gut Teamwork betrieben. Und... Ja, oh mein Gott. Also die Bilder hier in meinem Texture-Pack sind echt nice aus. Ohne Witz. Ich mein, guckt euch mal diese... Guckt euch mal diese Augen weiter an. Ich würd auf jeden Fall sagen, Leute, wenn's euch gefallen hat, dann lasst doch einfach mal eine positive Bewertung da. Guckt auf jeden Fall auch bei meinem Bruder vorbei. Der macht auch Minecraft. Und wer sich auch für COD interessiert, der macht auch COD. Und ich würd einfach mal sagen, macht's gut. Haut rein. Und... Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.